In der Devonium Geisterbahn. Scheiße, jetzt geht's los. Echt? Ich war arg und so, ist mir scheißegal. Du musst pissen. Äh, ich bin grad. Ach so. Ich hab ja sowieso hergesaugen, weißt du. Ey, das ist ne normale Geisterbahn, trotzdem im Schiss. Weißt du noch, diese BB-Achterbahn, weißt du noch? BB-Geisterbahn? Ja, wo wir drinnen waren, wo wir dachten, die wär so übbar, aber es ist scheiße gewesen. Und die ist vierstöckig, Mann. Ich weiß, die muss als Gutes sein. Egal, wir sind nicht alleine. Stimmt auch. Und wir, und die schreien als erstes. Wir sind ja nicht ganz hinten. Noch schlimmer, dann fangen die an uns an. Ja. Egal, ey. Aber Gott, was ist denn mit dem Angelrand, weißt du? Voll Angst gerade, ey. Wow. Und jetzt war es ja nur ein Film. Gotta tun das wohl an, damit hin. Und was Leute meinen�, wir haben, überhaupt nichtsございます. Immer noch Tippslar. Heu, 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 heu! Hey, wenn geht's los? Keine Ahnung Warum dreht sich das? Weiß ich nicht Da geht sich rein, warum dreht sich das? Dort, dort höh dreht sich das Hilfe du Scheiße! Scheiße! Zu Idiot! Scheiße! Wie schlimm ist das noch gar nicht? Jetzt gehts rein! Nein, ich komme in der Kamera! Oh Scheiße! Yes! Wir müssen jetzt bewusst sein Wir haben Sachen gesehen die keiner sehen will Oh nein! 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 Oh nein!